Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen, jetzt offiziell zum Start des Stadtparkfestes mit Beginn des Kanu-Rennen. Wir schicken einen Oberbürg mal durch. Alterstechnisch ist es das älteste Boot, was wir heute haben hier. Ja, Anmeldungen erfolgen hier vorne, ein Artikel, Stadtgeld, 10 Euro, bisher einfach 14 Worte, dürfen noch ein paar mehr kommen. Rechts vorwärts, 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 rechts vorwärts. Alles nach vorne? Vorder! Eins! Eins! Haupt! Fünf! sfiniere! F perse. Untertitelung des ZDF, 2020